Also, Entschuldigung, ich wollte mal was sagen gegen meine Arnose. Okay. Setz dich mal kurz hin. Setz dich mal kurz hin. Sieht man da schon zu viel? Also, ich meine, du weißt, was ich meine. Ist die so okay oder kann die noch kürzer? Kannst du das mal hier so ein bisschen abstecken, wie das jetzt von der Länge her für dich am besten wäre? Okay. Ich kann in der Zeit auch in den Spiegel gucken. Dann würde ich sagen, zieh ich nochmal eine andere Hose an, dann kannst du dich nochmal davon überzeugen. Okay, gut. So, ruhig. Ich komme dann wieder. Ich bin gleich da. Findest du das auch so okay? Also, findest du das nicht okay, wenn du das so am Strand sehen würdest? Sag mal. 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 Vielen Dank.